Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Es wird wohl wieder ein Mini-Info-Video. Und zwar ist das Minecraft 1.8.2, das erste Pre-Release dazu erschienen. Das wollten die unbedingt noch vor Weihnachten raushauen. Ja, es enthält eigentlich nur ein paar Bugfixes und Optimierungssachen. Und laut Veröffnungstext enthält dieses nicht nur Bugfixes und Performance-Sachen, sondern auch Kekse und Milch und ganz viele Umarmungen. Außerdem soll man seine Geschenke nicht vorm 24. öffnen, also vor Weihnachten öffnen. Und ja, das lässt natürlich noch viel Spielraum für Interpretation. Ich habe mal nachgeguckt, also ich habe nichts Neues gefunden. Ich gehe davon aus, dass das mal wieder so sein wird, dass zum 24. hin sich die Truhen zu Geschenken verwandeln. Vielleicht haben die ja aber noch irgendwas anderes reingepackt, was jetzt halt nicht offen ist, sondern erst wahrscheinlich am 24. oder so öffentlich wird. Mal schauen. Auf jeden Fall packe ich die Ankündigung dazu und alles wieder in die Videobeschreibung. Auch nochmal den Link, wie ihr denn überhaupt vor Ab-Versionen spielen könnt. Und ja, das war es quasi mit diesem Video schon wieder. Wir sehen uns dann mit der Vorstellung von neuen Sachen wahrscheinlich erst wieder im nächsten Jahr. Und dann hoffentlich mit ersten 1.9 Informationen, weil ungefähr am 7. Dezember war das glaube ich, vor einem, also vor knapp einem Jahr, kamen die ersten Informationen zu 1.8 raus. Vielleicht kommen wir jetzt Anfang Januar die ersten Infos zu 1.9. Wir sehen uns dann. Ciao.